Kaxen! War nix! Ja, die gängern jetzt runter. Zu spät jetzt im Einstich an die. Das werden wir öfters machen, dass es nicht am Deutsch ist. Ah, schön, dass wir den drauf haben. Eines, Einstich zu spät. Ja, ich mein, die war ein bisschen zu wenig Absprung vorher noch. Ah, jetzt bist du zu spät auch dran, deswegen verdreht es dich. Ja, jetzt gehen sie zumindest runter. Du bist nach wie vor zu spät dran. Ja. Aber sie gängig sind runter. Nein. Jetzt hast du im Absprung gar nix mehr da. Lass oben die Schulter locker. Du hängst auf der Schulter nicht drauf. Nein. Nein. Ja, genau. Jesse, du tust jetzt absolut zu früh das auf den Staub auf. 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 Auf.